Im Dezember zu Silvester wir ein Online-Klavierkonzert von Joby Piano. Das ist schon fast Tradition geworden. Das hatten wir letztes Jahr, vorletztes Jahr und das ist immer wieder schön. Deswegen, dieses Jahr möchte ich das auch. Und falls du auch motiviert bist und im Moment etwas Schönes spielst, kannst du mir gerne dein Video senden. Und ich werde das mit anderen Videos zusammentun für dieses Konzert. Übrigens, perfekt muss es nicht sein. Also fehlerfrei muss es nicht sein. Alle Fehler werde ich korrigieren oder ausschneiden. Es wird auf jeden Fall perfekt sein. Aber eine Sache möchte ich dir bitten. Wenn du dich filmst, kannst du vielleicht das so filmen, dass man sich komplett sehen kann. So wie du mich jetzt siehst, von Kopf bis zum Hocker. Das wäre perfekt. Aus dieser Perspektive vielleicht. Ich freue mich schon auf eure Videos, bin sehr gespannt. Also komplette Stücke müssen auch nicht sein, weil so viel Zeit haben wir nicht. Ich werde sowieso später ein Teilchen daraus ausschneiden. So, schönster Moment. Deswegen kannst du mir gleich nur einen Teil aufnehmen, wenn du möchtest. Ja, ich wünsche ganz viel Erfolg, ganz viel Spaß. Ich bin schon ganz stolz auf euch und freue mich auf unser Silvesterkonzert.